Servus zusammen und willkommen zu einem neuen Video der Firma Affenäger Renn Trainings. Und heute freuen wir uns, euch unseren neuen Paaren im Bereich Motorradbekleidung vorstellen zu dürfen. Und damit herzlich willkommen im Schwabenländle bei der Firma Schwabenleder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Unser Design steht nun und jetzt freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit der Firma Schwabenleder. Wir freuen uns auch und im nächsten Video zeigen wir euch, was es beim Kauf einer Kombi zu beachten gibt. Gut. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Renn Trainings. Renn Trainings. Renn Trainings. Renn Trainings. Renn Trainings. Renn Trainings.